Einen schönen guten Morgen wünsche ich dir und Willkommen zu Liders Voice. Im Sinne des gestrigen vierten Advent geht es heute und zum letzten Mal, bevor Weihnachten beginnt, auf den Zusammenhalt und dem Licht ein. Das winterliche Sommerwendfest am 21.12. bedeutet, dass wir wieder mehr dem Licht entgegen gehen. Jeder weitere Tag bringt immer mehr Licht in unseren Alltag. Leichtigkeit tut sich somit in uns auf. In der bisherigen dunklen Winterphase ist es immer eine äußerst wichtige Sache gewesen, dass wir zusammen halten und uns füreinander inspirieren. Lass uns mehr Licht in unseren Alltag bringen und mehr füreinander da sein. Jede Zusammenarbeit ist schwierig, solange der Mensch das Glück ihrer Mitmenschen gleichgültig ist. Ein Zitat von Dalai Lama. Achte die Wichtigkeit des anderen und vergiss dich selbst nicht dabei. Alles beginnt mit dir. Ich wünsche dir besinnliche Feiertage mit deiner Familie, mit den Menschen, die dir wichtig sind. Und wir sehen uns am nächsten Montag. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt in Liders Voice. Ciao, ciao.